Geführte Meditation Das innere Kind umarmen Wir wählen eine Sitzunterlage und eine Sitzhaltung für uns aus, mit der wir uns wohlfühlen und entspannt sitzen können. Die Hände können wir auf die Oberschenkel ablegen oder eine Hand in die andere legen. Gleich welcher Haltung oder Sitzunterlage wir wählen, ist es wichtig, dass wir uns vom Becken ausgehend gut in der Wirbelsäule aufrichten. Wir sitzen aufrecht, aber ohne Anstrengung und ohne die Erwartung eines bestimmten Erlebens. Wir spüren den ganzen Körper mit der Ein- und Ausatmung und lassen den Atem ganz natürlich fließen, ohne ihn direkt zu verändern. Die Augen können wir schließen oder halb geöffnet lassen. Am Anfang der Meditation wird die Glocke dreimal eingeladen. Wir spüren dann einige Minuten unseren ganzen Körper mit der Ein- und Ausatmung. Dann werden die ersten Sätze gesprochen und wir können mit der Ein- und Ausatmung die Wirkung dieser Worte in uns spüren. Wir bleiben einige Atemzüge bei diesen Sätzen und verfahren dann mit den nächsten Sätzen genauso. Glocken 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 Einatmend bin ich mir meines Einatems bewusst. Ausatmend bin ich mir meines Ausatems bewusst. Einatmen, ausatmen. Einatmend fühle ich meine Einatmung. Ausatmend fühle ich meine Ausatmung. Meine Einatmung fühlen, meine Ausatmung fühlen. Einatmend fühle ich mich glücklich. Ausatmend fühle ich mich ruhig und friedvoll. Mich glücklich fühlen, mich ruhig und friedvoll fühlen. Einatmend fühle ich die Bewegung von Energie in meinen zwei Füßen. Ausatmend fühle ich mich mit meinem Körper verbunden. Die Bewegung von Energie in meinen zwei Füßen fühlen. Mich mit meinem Körper verbunden fühlen. Einatmend fühle ich die Bewegung von Energie in meinen zwei Händen. Ausatmend fühle ich mich verwurzelt und stabil fühlen. In den nächsten Übungen legen wir unsere zwei Arme um unsere Schultern, sodass wir uns selbst umarmen und die Energie unserer Hände zu uns selbst zurückfällt. Einatmend fühle ich die Liebe des ganzen Universums. Ausatmend fühle ich mich umarmt von der Liebe des ganzen Universums. Die Liebe des ganzen Universums fühlen. Mich umarmt fühlen von der Liebe des ganzen Universums. Ausatmend fühle ich mich tief verbunden mit meinem Körper. Ausatmend fühle ich so viel Liebe für mich selbst. Mich tief verbunden fühlen mit meinem Körper. Ganz viel Liebe für mich selbst fühlen. Einatmend denke ich an eine schwierige Situation in meinem Leben, indem ich an ein Gesicht denke oder an eine Situation, die dieses Gefühl ausgelöst hat. Ausatmend fühle ich den Schmerz, die Trauer in dieser Situation. An eine schwierige Situation denken, die Gefühle während dieser Situation wahrnehmen. Einatmend fühle ich den Schmerz, die Gefühle während der Schmerz, die Gefühle während der Schmerz, die Gefühle während der Schmerz. Ausatmend fühle ich den Schmerz, die Gefühle während der Schmerz des ganzen Universums fühlen. Einatmend fühle ich den Schmerz in mir. Ausatmend umarme ich den Schmerz mit all meiner eigenen Liebe. Den Schmerz fühlen, den Schmerz umarmen mit all meiner Liebe, die ich mir selbst gegenüber erzeugen kann. Ausatmend umarme ich den Schmerz. 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 behandelt wurde. Ausatmend fühle ich so viel Liebe für mich selbst. Mich schlecht behandelt fühlen, ganz viel Liebe für mich selbst fühlen. Einatmend fühle ich das verletzte Kind in mir, den kleinen Jungen, das kleine Mädchen. Ausatmend empfinde ich ganz viel Liebe für dieses verletzte Kind. Das verletzte Kind spüren, das Kind mit all meiner Liebe umarmen. Einatmend spüre ich die Verletzlichkeit, die Zerbrechlichkeit dieses Kindes. Ausatmend fühle ich so viel Liebe, so viel Verständnis für dieses kleine Kind. Die Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit dieses kleinen Kindes fühlen, so viel Liebe, Verständnis und Unterstützung für dieses kleine Kind fühlen. Einatmend fühle ich die Liebe des ganzen Universums. Ausatmend fühle ich mich umarmt von der Liebe des ganzen Universums. Die Liebe des ganzen Universums fühlen Mich umarmt von der Liebe des ganzen Universums fühlen Einatmend fühle ich mich verbunden mit meinem Körper. Ausatmend umarme ich meinen Körper mit meiner eigenen Liebe. Mich verbunden mit meinem Körper fühlen Mich selbst mit meiner ganzen Liebe umarmen. Wir lassen nun unsere beiden Arme wieder sinken. Einatmend fühle ich die Bewegung von Energie in meinen zwei Händen, meinen Füßen und dem ganzen Körper. Ausatmend fühle ich mich erleichtert. Die Bewegung von Energie in meinen zwei Händen, Füßen und dem ganzen Körper fühlen Mich erleichtert fühlen Einatmend bin ich mir meines Einatems bewusst. Ausatmend bin ich mir meines Ausatems bewusst. Einatmen, ausatmen. Ausatmen, 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 ausatmen. Untertitelung des ZDF, 2020